Entschuldigung, ich darf die ganzen Dinger nachher sowieso in zwei Karten wieder. Noch mal Karten? Äh, ja, ich stoppe jetzt bloß immer die Aufnahme, aber im Endeffekt darf ich trotzdem noch mal Karten. Na, ist er. So, das war im Anzug, wa? Na, Mr. T. Der trägt kein Anzug. Außerdem, so viel muss man kann den hin leider nicht ranklotschen. Ich hab's versucht. Was? Ich hab's versucht, ihm so viel muss man ranzuklotzen. Und selbst wenn, dann wär's bestenfalls ein Barret geworden. Wenn wir sieben Barret und so. Uh, ist geil. Es gibt Prioritäten, mir. Hab ich grad Weizen aufgesammelt, oder du? Ich. Gut. Hätt mich jetzt, mich jetzt, mich jetzt grad nicht gewundert. Merkst du, wie fix das grad geht, ne? Kack doch, wo? Tod. Okay. Cocktawnudeln, äh, Nadeln. Kacktornudeln wären aber auch mal interessant. Ist dir der in den Weg gesprungen, oder was? Ja, mehr oder weniger, es wurde instant anvisiert halt. Apropos, ähm, hier, da, zieh mal auf den, pass mal auf. Ah, gut. Auf den da. Ja. Das ist übrigens der Finish-A-Move. Der zieht quasi immer 9999 so ziemlich. Kostet aber auch scheiße viel MP, den kann ich zwei oder dreimal hintereinander maximal machen. Wie MP hast du bitteschön? Äh, naja, es kommt halt drauf an. Ach du Scheiße, ich hab grad bloß, äh, 70 MP, das ist nicht mal viel. Aber du kannst ihn halt auch mit kaum MP machen, tatsächlich. Ich meine, aber selbst wenn du bloß nur 1 MP hast, kannst du den Skill halt einsetzen. Gibt's ja nicht irgendwo... irgendwo, ähm safe spot. Da. Wichtade, fick dich. Worm stand nicht da eben, wie ein Endgegner es erschien? Nein, das ist ein Tetser. Bei mir stand das vorher schon. Bei mir kommt auch grad keine Cutscene. na so da bist du und jetzt bin ich auch da lassen wir uns entfernen den hp-balken betrachten ich glaube ich finde ich deine scheiß zähne aus ja im moment so na ja zehn hat es keine gegeneinander für eine schuppe und der jackett ist heile geblieben ich bin auch noch sauber wenn ich im kopf einer muss es ja tun aktion und reaktion aktion und reaktion kann ich nur jedes mal wieder erwähnen wer was sagt muss man der stelle rechnen richtig man muss power bei dir hart heilen man muss power bei dir hart heilen ich habe hier hatte ich eigentlich verloren das würde ich ja nicht essen wo ist die forelle gefragt ja gut abhängig vom koch hat sie vorher weggeschmissen die in der rhein reingepackt ein kopf in englisch heiße naja ich mag den kalender ich mag mich auch was was für ein kalender ach so den oh gott du hast den kalender schon da ja er hängt er dir direkt vor der nase oder was ja und da kannst du dich konzentrieren alter ich habe von marco ein kalender geschenk gekriegt den hat er aus von seiner mutter mitgebracht also aus dem nest ist ein chinesischer kalender zum ausrollen finde ich voll toll die dinge vor allem das ding ist hinten weiß das heißt ich könnte dann theoretisch auch irgendwas drauf pinseln ja muss ich wirklich mal machen ist eigentlich recht geil kannst du was draufpinseln und nochmal neu verkaufen dann sollte das ding aber auch noch komplett heil sein ich würde das ding direkt am ersten tag halb kaputt gemacht what the fuck ja die dinge sind nicht besonders stabil wenn du da einmal oben anfasst und das ding ausrollen lässt ist es zur hälfte ab okay das ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber naja der schönste ist die bildbeilage die es dazu gab ich will es nicht wissen zu spät naja ich weiß ja nicht was für eine bildbeilage es dazu gab du könntest ja so dreist sein mit dem bild dazu schicken ähm guck mal bei dir guck mal in discord du bist so ein arsch oh lol da erkennst du ja kaum was drauf ist das lady gaga oder warum sieht sie so komisch aus erinnert mich ein bisschen an die muss ich sagen vom dressing her ok wieso du ich kann ich kann bitte auch ich kann mit besonders aufwendigen klamotten nicht viel anfangen stört dich das stört dich das klang gerade sowas einfach komplett stumm ja und du bist abgehakt ach so ja nee wie gesagt ich kann mit dem zeug nichts anfangen was machen wir jetzt ich mag keine anzüge darf ich anfeuern such lieber neue quests tue ich ja beilung ich brauche nur 300 mehr für und dann die nächste dringende es muss ja nicht mal eine dringende sein theoretisch nur dengendsmusik ist ja auch doof ah nein nix von irgendwelchen bekannten violinspielern ich will dieses passende wort dazu nicht ein ne ne das habe ich schon mal gemacht da hast du Rechtsprobleme bei den Liedern das soll ich wahrscheinlich sowieso haben egal was ich reinnehme na dann kann ich ja was anderes hier nehmen so unnimmst du natürlich nicht ähm schmeiß ich halt einfach das Noragami Opening an das passt schon ich kann ja halt gerade nix mal was machen weil ich dafür zu wenig hab weil ich dafür zu wenig hab wenn ich mal aus dem Kreis eine freie schlotte hab möchte ich mich nicht darauf achten ne ich hab keine freie schlotte weil ich wie sagen wir zu wenig hatte der Intellektuelle meine Fresse sind die Augen hässlich ich weiß schon warum ich nur die Sonnebrille aufgesetzt hab ne normale Brille zieht irgendwie nicht ne ohne Scheiß mit dem ist jetzt mal sehen das sieht echt irgendwie strange aus wie immer normal ist die Schlange nochmal? ja ich bin halt bei mir gerade momentan spielt es einer auf Snake der oder was? hehehe naja gibt es halt momentan die meiste KW johjoh Kilowatt übrigens glaube ich ja immer noch sache aber ich weiß nur nicht keine Schwertung aber dass wir jetzt ist aber können wir sowas anderen dass wir haben sind noch bei mir wird kein kakt ausborn zustimmen der erste sei da gut die machte mit der spezial attacke 15.000 15.000 genau 15.000 könnte sagen ja das ist schon ein bisschen was ein wenig irgendwann kriege ich den noch und der kloppt man stimmt da irgendwas droht man könnte es mir auch den kommentanten spoilern wenn man doch drauf hat alter die oben sieht aus als kommen sie gerade kommen sie gerade von sonst woher access was gehört ansatz ziemlich viel scheiße durchgemacht ja offensichtlich kann sie anfeuern ziemlich dumm wenn du mich fragen sie wird nie auf meine heilung verzichten vor allem kann sich nicht auf andere leute verlassen schon gar nicht auf andere npcs oder andere spieler andere spieler ist aus der sache gibt mir holen auf auf Schäu... Schäu.... Schäu... Schäu... bloß... Schäu... ich kann aktuell gerade einfach eiskalt kreis gerückt halten ok davon wird schon schief gehen wenn du aber erstmal einen gegner auf dem piker hast und den kreis durch hältst, der zucht sich in der zeit keinen anderen gegner aus, der prüttelt immer weiter rauf den einen abgleich so gut wie tot gekloppt mit einem wird die schlange und da ist die schlange schon fast wieder down gib mir mal einen moment, ich muss regenerieren ui du wolltest doch einen schlangenzahn haben, oder nicht? ja also ich habe einen gericht ich habe mich noch verachtet bei wem habe ich ihm gerade einen Kiefer gebrochen, wie mir scheint auf jeden Fall ist er jetzt tot na und wer hat jetzt Chance vor dem schwarzen Mann? hu, dafür komme ich in die Hölle sterben offenbar das Schlimme ist ja solche Sprüche kannst du wirklich eins auf den Deckel kriegen, wenn bestimmte Leute nicht wissen wie das gemeint war es gibt halt immer Leute, die verstehen keine Scherze ja, hast ein paar ja, zwei, das ist doppelt so viel wie du ja, das habe ich ja gemacht alles ja, super, wenn ich einmal Lebenspunkte heile, halte ich für jeden so viel wie du gerade alle geheilt hast das du weißt ja das ist mal so oder? ja, perfekt passiert ja, dafür kann ich Haider mit Partner abrechnen und auf einmal startet passt er Sehr gut Hungen-Creme-Soupé Einen Moment, ich muss mich kurz mürben Zumindest im Stream Äh Da köpen oder was ja gut das passt dann ist jetzt ein bisschen doof ich mache jetzt hier auch mal aus geld abholen für den hast du überhaupt auf die uhrzeit das teil überhaupt auf die uhrzeit tanker bank Oh